hallo hallo herzlich willkommen willkommen zur nächsten runde mit dominik felix und mir ich begrüße euch und mich so ihr legt ja schon gut los ich halte mich mal kurz hinten auf wieder für die 20 sekunden wo die map laden muss und dann geht hier voll die post ab ich habe das grüne reifen zu unserem heimtrikot ja moin die intermedienz hat da aufgezogen auf wen bei regen freunde frank bushman achso so das war doch schon mal ganz jüder beginn oder wollte er den trick machen aber hat verpasst mitte oh der kommt gut nein aber den hätte ich auch nicht gekriegt also den den hätte ich vielleicht gekriegt aber die haben ihn abgewischt abgewehrt nicht abgewischt oh der kommt sehr gefährlich nein nein mama mama ich wollte ihn drüber scheiße ja da hätte ich habe ich weg gehauen da habe ich wahrscheinlich nicht der andere wäre auch gekommen der hat blähungen ey hab ich jungs guck mal wie der mitte kommt ich habe ihn erst noch umgedreht davor also war natürlich nicht gewollt aber hat halt ganz gut geklappt so das spielt mir aus und da 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 man tor machen die er sehr langweilig jetzt schreibst du mir das nächste gesteckt Ja der war schon da ist. No problem man, I got ya. Jaja, das sehen wir noch. Dürfen wir uns jetzt nur nicht her schenken lassen. Ha, selbst weggesnaggled. Dominik, geh raus. Raus aus der Stadt. Hab ich. Ja fährt da, geh schon eiskalt trotzdem hin. Ja, ich wollte ihn eigentlich besser wegbumsen. Anstatt dass du dann was sagst, dass du es vers... Lol, das war die, deswegen bei mir und Felix den weggeschlagen. Also jedenfalls ansatzweise. Ja, nice. Ja moin. Hard counter. Tag. No chains, no chains. He's like a train. He 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 he. Ah, he's like a train. Baba. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Grande more. Oh. Oh, der kommt ein bisschen weit. Ups. Easy. Was? Irgendwann ist da ja auch ne Wand. Ja, das hab ich einkalkuliert, guck mal, ich bin nach vorne... Ich nicht. He he he. Warte, guck mal, ich bin da nach vorne, springe jetzt, ach zu spät, ach man. Kein Problem. Was hat er gesagt? Versteh den nicht. Noob, glaub ich. Noob. Also nach den vier Gegentoren von denen würde ich mich mit Noob mal ganz zurückhalten. Ich meine, wir bringen auch ein paar Fail-Aktionen, aber die hatten schon so einige schöne in dieser Runde. Oh. Ablage! Ablage? Auflage, oder? Auflage, oder? Ja! Jawoll! Jawoll! Ey, ich will auch mal ein Tor machen! Ich steh mal scheiße. Ihr habt die ersten zwei und dann hat Dominik jetzt schon wieder drei nachgelegt, was soll ich nicht? Ich steh halt Gold richtig. Rittgoldmann. Dreiseitel. Leon Dreiseitel. Okay. Der kommt! Oh! Den wollte ich machen. Hast du? Hab ich. Bup! Oh, bup! Oh! 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 Nö! Was denn? Bin ich selbst schuld. Oh, Dominik! Haust du mich weg und bringst sie dann in die Mitte? Das ist immer eine gute Idee. Kein Problem. Wir haben noch Gaston im Gegnerteam. Ja, Mann, der seine Mates hatet und selbst nichts geschissen kriegt. Zack! Flanke! Ego! Zack! Muah! Zack! Boom! War das nicht meine Best-Off von Pete Smith-Hardis-Qualitätsgeräusche da bei Speedrunners? Immer... Oh! 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 Oh no! Hey! Ach ne, dieses Hey war das auch. Hey! Wenn sie sich mit dem Grappling-Hook immer weggefahren haben. Ja, genau! Das war grad bei mir auch so. Bup! Zack! Booms! Kadums! Geh auf, bitte! Oh, der kommt gut! Tja, von wem kam der wohl? Och maaaannn! Oh nein! Ja, grad so. Guck mal, da könnt ihr doch nichts mit anfangen. Selbst noch abgelegt. Och maaaann! Oh nein! Ich bin grad die Wand hochgefahren. Da könnt ihr doch nichts mit anfangen, sagte ich. Oh, guckt euch mal das Profilbild von Dr. Destin an. Hier kommt bei dem ja auch schön verkackt. Wobei der hat ihn nochmal berührt, das ist meine Ausrede. Und der fährt aber auch immer dran vorbei. Weiß nicht was der da versucht. Also antäuschen wäre ganz schön schlecht. Schön, Felix! Da muss er jetzt mal rein, naa Einfach zu dritt auf einen Haufen Das Spiel ist hoffentlich eh gegessen Nom nom nom, hat lecker geschmeckt FUNKY Oh ja Nein Mitte Bodycheck, voll reingeworfen Kommt auf Mitte, schön, feiere es hier Den kriegt er leider Ui Hab ich Flieg und sieg Nein Ich spekuliere Josh Da haben wir uns direkt doppelt zerstört Ach doch doppelt, okay Ich hab nämlich schön gesagt und dann hab ich gesehen Oh du wird es zerstört Das doppelt hab ich gleich gesehen MAAAN Bring mal an diesem Vorbei Der kommt das Tor Daneben Pfosten Nice Ich hab Parade bekommen Ja Und tschüss Geh noch Nice What a Snipe Aber 30 Punkte reicht nicht Die Rettung hat gerade den Unterschied gemacht Und ein Schuss noch Hauptsache 100 Punkte Hauptsache 100 Punkte Ja MAAAN Just sliding to the gun Boi, ist doch alles drin, ne? Boi Boi Das war doch ein schönes Spiel für den Beginn Zwei Hattricks hier Ich seh die Ecke ist Och ii, jetzt hab ich die pinken weder Weiß ich hatte die in Ich hatte die bisher in rot benutzt Seit dieser Folge benutze ich die in grün Jetzt hab ich die pinke Der war saftig Aber die setz ich nicht drauf Weil pink ist nicht Und weiter gehts Und weiter gehts Und weiter gehts Oh, jetzt brauchen wir die Termidiates Hier Ja, es regnet Ich hab drauf Fast schon die blauen Aber wir sind leider rot Was, keiner blö So wieder kurz die Map laden Also das verstehe ich jedes mal aufs neue nicht Hoho Flieg und Sieg Ich warte hier auf den Boost Jawohl, hab ich Hey, Hackele Hackele, Hackele Hackele, Hackele Hackele, Hackele Ihr muss zurück Nice, da bin ich ein bisschen Ah, das hab ich falsch kalkuliert Die Kalkulation Ging nach hinten los Ah Du brauchst einen Gold und kalkuliert Zwei Devise Zwei Devise Bitte Oh Mann Wuhu Oh Mann Scheiße Wenn ich dem da wen weggesnackt habe Sagt was Ich weiß nicht Ich bin einfach eiscold hingegaut Hohoho Quatsch Franky ist am Stau Guck mal schön rübergechippt und dann Den Winkel einkalkuliert Ja, das ist ja dann nur noch Formsache Ja, das ist einfach eine Kalkulationssache vor allem auch Das ist wieder so ein Routinenspiel, wisst ihr Schönes Ding Nice Jawoll Ja, Kalkulation halt, ne Oh, Eko Jawoll Wie ich mir denn aufs Sekt kommt Guck mal ab Sekt kommt Guck mal ab Sekt kommt Hast du das Lied seit Anfang der Aufnahme schon vorbereitet Guck mal ab Ich dachte, ja Ja, das ist ja Torschießen Guck mal ab 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 Falsch kalkuliert! Was für meine Tormusik? Ist das echt vorne Zielschießen? Klasse, wie er den macht! Ja, wir machen heute einfach hier drei Angreifer. Das geht klar. On the wall, Junge. Nein! Oh, nice. Oh, nice. Nein, ich fliege raus! Oh, gut. Einkalkuliert. Ich habe gerade irgendwie zwei... Dumm... Ich habe gerade einfach zwei dumme Rückwärts-Saltos aus dem Nichts gemacht. Das war ein bisschen unnötig. Jungs, da kam ich noch zum Absnacken. Pass mal auf. Nice, da habe ich ja die Voller gemacht. Da! Ja! Ui. Ui, 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 ui. Warum hat dieser Latino so kein grünes Avatar-Bild vor seinem Namen? Jeder hat da, dass er irgendwie Spiele hat oder gesteuert wird. Was heißt denn das? Hm. Ich weiß nicht. Seht ihr das auch? Ich auch nicht. Oder ist das nur bei mir so? Ja, ich sehe das. Ja, der hat auch... hat... Weil grün hast du für mich Spiele, also... Für mich hast grün... weißt du, ist halt keine KI. Ist halt ein Spieler. Aber das ist auch keine KI. Vor allem nicht mit dem Bild. Da habe ich gerade echt ein bisschen hohen genug. Guck mal. Mein Block war wieder an der falschen Position angebracht. Was? Dein... Cock, Alter. Uuuu. Okay, entfällt der. Uuuu. Weiter. Schön. Danke. Jemals Tor. Jawohl. What a blue. Oh, jetzt kommt er! Mitte? Nein, so weit. Oh, der wäre aufs Tor gegangen. Nochmal Mitte. Ich leite weiter. Nicht. Ja, habe ich angetäuscht. Leider keinen Block gekriegt. Nein, der liegt da! Oh, oh! Ach, nö. Der hätte ich nicht fliegen sollen. Ich hätte den mit Doppelsprung rausbringen sollen. Dammit. Da jetzt. Ich habe hier ein schönes Tor gemacht. Das machen wir doch easy noch. Da ist der Block. Oh, scheiße. Natürlich, wenn ich den Block kriege, dann kommt er... Oh, nein, warum springe ich? Das habe ich mit Boost gerade verwechselt. Sorry. Bitte? Komm, scheiße. Hä, ich habe den Hunderter nicht gekriegt? Scheiße, Hitbox. Alle vorbei? Auf einmal macht's Boom. Das ist immer so geil, wenn's neben einem einfach explodiert, so aus dem Nichts. Schade, dass es gegen uns war. Oh, gut. Hätte der den vorher getroffen, wär's gefällig geworden. Der hat mich weggerammt. Und tschüss. Oh! Schön nach vorne geladet. Oh, blockier mich nicht! Ne, ich mach den rein. Och, das ist ein Witz. Sorry. Ja, kein Ding. Habe eine Vorlage wenigstens gekriegt. Ja, das war Kill-Stil. Guck mal! Geblockt! Aber wie der Latte, ne? Latte. Ja, fast nicht reingegangen. Krass! So! Weißt du, ich wollt' mir die Mucke von Echo Fresh grad nur nicht anhören. Ganz egal, ich will auch enden da. Oh, alter Torwart, was los? Halt den Maul! Ist so, guck mal. Ja, und falls sich immer noch ein Zuschauer fragt, warum wir so heißen. Wir sind halt die TV-Total-Stalker-Crash-Challenge-Crew. Ne, Autoball-WM, nicht Stalker-Crash-Challenge. Ach, beides. Die waren alle überall dabei, ja? Du hast ja gar keinen Plan, ey. Irgendwann kommt ja vielleicht auch hier Joey, Kelly und Elton, die waren ja auch dabei. Labert sogar Echo Fresh auch darüber. Über Autoball-WM oder Scheibenwischer-Fans. Sein Scheibenwischer war geil. Wie der immer angegangen ist und der den nicht ausgekriegt hat. Oh, geh nicht rein! Nein! Alter. Da sind immer hier die höchsten Töne von... Nein, der geht... Oh, nein! Schön! Da ist er wieder, der Neuer. Und Konter! Wie der Neuer. Der Georg! Der Olli! Boah, Hackel-Schorsch! Hackel-Schorsch! In the morning! Der Hackel-Schorsch melnt! Oh, oh. Oh, der hat mich blockiert! Oh, oh. Oh, oh! Hackel, der ist wichtig! Oh, Scheiter, da haben sie mich aber auch gerade ausgespielt. Der hat noch ge... Oh, schön. Guck mal, da dachte ich so... Ah! Und dann spielt er aber auf der anderen Seite! Oh, dass der da ankam, ist aber auch lucky. Ich weiß übrigens gerade nicht, ob man es verstanden hat. Vielleicht kommen ja Joey, Kelly und Elton auch noch dazu. Das hatte ich noch zum Schluss gesagt. Nach unserem TV-Total-Gespräch. Nein! Jetzt nicht noch eins. Wir werden was vermehren. Ich bin zwar überhaupt kein... Ne, die Overtime ist unsere, wenn wir da hinkommen. Aber da müssen wir erst mal hin! Uhhh! Konter, 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 Konter! Der geht noch, der geht noch! Bring bitte! Kommt! Schön! Nein! Ach, Dominik! Ich habe nicht... Ich habe nicht runtergeguckt. Ja! Komm! Instant! Die machen selber! Schön gebracht, schön gebracht, schön gebracht! Der wird gefährlich! Ich probier's! Ja! Jawoll! Der war ja richtig hart! Eingeloggt! Sehr nice! Sehr gut! Ja, einen müssen wir noch! Orange win! Ja, einen müssen wir noch! Orange win! Vielleicht scha... Oder eins dürfen wir noch! Damit hat er mich jetzt überholt, aber für so ein Overtime-Tor, ne? Das ist doch legitim! Wieder nicht aufgerankt! Mann! Silber 2, Liga 3, zwei mehr gewonnen, das läuft nicht mit den Upranks, aber vielleicht schaffen wir... Uninstall das! Hahaha! Vielleicht schaffen wir die nächste perfekte Folge mit drei Siegen und dann hoffentlich auch wenigstens die Liga 4 hier. Es muss ja nicht direkt Silber 3 sein, ja? Also bitte! Warte mal, was bist du? Liga 3, Silber 2? Ja! Ich bin so über drei Liga 4, ich bin kurz verbeult! Ich bin auch wie Daniel gerankt! Ich weiß nicht, in letzter Zeit war... Guck mal, dieser Ringo-Man hat auch schon wieder nicht dieses grüne... Äh... Oh, die, die lassen doch! Läu! Wie hab ich den grad zerstört? Äh... Hä? Wenn der drankommt, überfordert mich das! Ja! Alter! Ist das dein Ernst? Was soll ich machen? Sechs Sekunden, Daniel! Die Rube-Warn! Ich bin grad zurückgefahren, weil er dann... Schießt er den nach da? Ja... Ja... Shit! Ich muss erst noch nach vorne fahren... Was hat der denn da für ne rote Kochmütze, Socken auf? Ne, jetzt checkt das! Ne, jetzt checkt das! Äh... Das rückt mich bitte! Oh no! Bist du der Echte? Ja, wahrscheinlich! Ne... Oh! Jetzt sitzt er am Hardtrain hier! Dominik kurz vor Gold! Oh! Wir müssen eigentlich auch mal aufgerankt werden, wenn er das Ziel gewinnt! Nach zwei Siegen jetzt! Schönes Aufrankspiel hier, das wird hart! Dominik machst du Verteidigung? Ich probier's! Ich probier's! Eckfahrend ins Ziel schießen! Achso! Halt's Maul Pisser! Hat er gesagt? Ey, guck mal! Boom! Boom! Auf von der Latte! Ey! Na gut, das Glück hatten wir eben im letzten Spiel! Aber wir sind nach dem ersten Tor schon anfangen mit easy, good job, lol! Und sowas alles! Oder jetzt nach dem zweiten! Wir müssen jetzt richtig schön einen reindrücken! Oh, Funk! Pff! Komm, Frank! Oh! Los, wechseln! Haha! Ja! Hoi! Oh, wo fahr' ich denn denn? Hab' ich grad vorne und hinten vertauscht! Geht das denn? Doch nicht! Haha! Nein, 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 nein! Nein, bitte nicht! Ja, easy! Ja, schön, kommt! Hä, du bist ganz toll durchgelenkt! Ja! Ist echt so! Ich dachte auch, ich treff' den! Hartes Dür-Dür-Dürsing! Nein, bitte nicht! Ja, ein bisschen Offensive hier gehen da, aber das hat nicht ge... geworked outed! Work, 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 work! Du, die kriegen das nur in Volleyberührungen, ne? Ja, weil die mich hochgeschüttet haben! Warum geht denn der so mittig und nicht nach vorne? Als ob ich den voll von der Wand weggedrückt habe! Schönes Ding! Bring' den, Baby! I bring it to you! Winkel! Oh, der wär gekommen! Kalkulation hier, aber der steht leider richtig. Ich bin hinten. Angetäuscht. Geh ran, ich geh ran, ich geh ran. Oh, das war auch ein bisschen desinkt. Was ist denn hier los? Jungs, ich bringe den. Mom. Kommt. Ich hätt ihn gehabt. Oh, shit. Komm, ich komm. Oh, schön, Daniel. Fast über mich drübergepft. Hab ich. Schön. Na komm, wir kämpfen uns ran. Ist noch drin, auch wenn die stark sind. Loll, jetzt hat wieder minimiert. Okay, ich nehm wieder auf. Die Aufnahme hat sogar unterbrochen. Ich hoffe, der erste Teil wurde gespeichert. Ja, das wär ziemlich scheiße. Also, liebe Zuschauer, das Spiel hat wieder minimiert. Ja, nur zu eurer Info, wenn das hier gerade so abgehackt war. Aber es hat wahrscheinlich nur zwei Sekunden gedauert, hier der Cut bei euch. Also, mehr habt ihr nicht verpasst. Interessant. Kann man ja mal wieder drauf achten, aber immer zwei nach. Das ist echt lästig. Oh, oh. Auf geht's. Lupin. Jawohl, da ist der Anschlusstreffer. Easy, 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 easy. Wow. Nice, Jungs. Gleich kriegst du wieder den härtesten Rage ab. Hey, was willst denn du? Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch einfach noch das Spiel spielen. Du wiederholst dich. Haha, du weißt ja nichts mehr, was er sagen soll, ne? Du bist ein Warmduscher mit Bilou. Nein! Ja, nice, Felix. Komm, jetzt müssen wir da eigentlich mal gewinnen. Das wär richtig geil, wenn wir die jetzt noch drehen nach einem 2-0 Rückstand. Die sind stark, Digga, die sind stark. Wir sind besser. Einen schönen Konter setzen, Dominik macht das Tor dicht. Ja, daran scheitert schon, weil er jetzt ein Eigentor schießt. Nice. Arschloch. Wir haben ja gut gerettet, da umgegen. Wie letzte Minute. Ja, dann müssen wir uns da ran halten. Oh, ich krieg den Block nicht. Der stift schon gar nicht. Oh. Boah. Du hast ja 50% Boost. Komm, Dominik, jetzt kommt der Konter. Ich bleib hinten. Ich hatte halt gar nichts Boost. Der hat mir zwei Boosts weggenommen. Puh. Hab ich. Da nach vorne. Oh, der blockt. Schön. Nein! Bitte, 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 bitte. Der hat mich auch eingeschoben. Die sind nur noch am töten. Nein, ich komm nicht hin und hab den Boot verpasst. Oh, nein. Oh, der kommt natürlich sehr gefährlich. Aber macht keiner. So, jetzt letzte Aktion. Komm. Der hat mir schon wieder den Boosts weggenommen. Nein! Na, scheiße. Schade, Jungs. Hat Spaß gemacht. Ach. So, Dominik, warten wir gleich kurz mit der Suche. Ich muss kurz gucken, ob die Folgen und so was alles gespeichert wurden. Ach. Ich, während hier unser Kollege noch redet, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge, tschande, tschüss. idskao. Bis zum nächsten Mal.